Den Kopfkissen wird zu, steigen mitternachts ein, ficken deinen Schlaf, mach mit der Axt frei durch das Sicherheitsglas. Streifen auf der Straße, ich greife in die Lage und schnappe alle einzeln Exemplare. Teurer Schmuck und ich laufe durch Winde, Feuer spuckt aus der Auspuffblinde. Nikolai, mein Schatz. Ron, bist du es? Ron. Wo bist du? Wo bist du? Wir sind bei mir am Anwesen, was ist los? Wo ist dein Anwesen? Sag sofort, sofort. Was ist denn los? Ich will dich sehen. Wo wohnst du? Wir können uns treffen. Ich will zu dir nach Hause. Zeig mir, wo du wohnst. Komm schon. Wir können uns am Klamottenladen und bei mir treffen. Okay, welcher? 50, 34. 50, 34. Okay, komm sofort hin. Okay, ich komm da hin. 50, 34. Ich weiß es. Leon bist los? Leon ist 12 mit 1 von west highway west miss norden west komplett links 54 ist die post leitzahl 524 was ist los? hey Nikolai Junge wisst es? ja natürlich der erste von natürlich natürlich ich hab eben gedacht Leila leuchtet sie weiter oh mein Gott wow wie sieht es so aus ja sie sieht ein bisschen anders aus was ist denn deine Wurzelkörper hier? ja die hat nicht zu dem Outfit gepasst Bruder boah bist du jetzt für Justy? ich versuche einer zu sein ja was? das ist doch illegal ach mir gehts Nikolai mir gehts gut wir warten kurz auf Leon der ist unterwegs kennst du noch Leon meinem Bruder? natürlich er ist gerade wach geworden boah du bist ja nicht gewachsen warum? du doch auch nicht ich bin gewachsen bisher deshalb sie neue Zugriffe bekommen ich meine so jetzt jetzt bin ich so bei 36 wow warte kurz ja natürlich das war 35 ich bin 9 geworden du bist 9 geworden ich bin 9 und 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 so viel ich kann mich zum zu gut mit Leben aus dass es wäre Leon bist du es? ach Leon Leon oh Gott hey Schops müssen es ich hoffe das ist Leon mal ganz kurz wie gehts mit deinem Vater? Jimmy jolo was geht Leon? na sie bei dir heisst du Simi? hat er gerade Simi gesagt? ja 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 hast du dein Simi? ja 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 kennst du Simi noch? nein er war beim Snoopertag das ist der ich schwöre welcher Snoopertag? der Snoopertag der Snoopertag an dem Tag wo es an deinem Höschen gewochen habe nein 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 ihr wolltet gegen die Kanzel wie bitte Leon wir wollten ihr wolltet Krieg gegen mich machen wir haben noch eine offene Wrestling mit dir mein Freund ihr seid nie wiedergekommen ja ich hab das gesucht du hast es versteckt warum versteckst du das von mir hast du Angst guck jetzt bist du vor mir heb deine Fäuste los komm mein Freund komm ah er holt Waffe ey ich hab es auch ich hab es auch guck ich hab es auch links rechts komm ey Nikolai kennst du von MD diese Candice? no kennst du ehrlich nicht? nö was redest du? kennst du nucklern? halt die Fresse Digge du hast ne Schmeier wora soll ich dran nucklern? erzähl mal hä was meinst du? aber Candice did dick fit in your mouth erzähl mal nö kennst du nicht? nö kennst Candice nicht nö Leon kennst du sie? nö man Leon kennst du erstmal von PD? man echt nicht kennst du nicht erstmal meine Eier? er kennt nur Lickma Lickma Ball was ist denn mit euch? kommst du mit? Cornux Eier lecken komm in zu oder komm in mein Auto es gibt dir wenn Nikolai Billig was hast du eigentlich für nästige Brille auf der Stirn ja? hey lass meine Sohnbrille in Ruhe alter wir ziehen dann jetzt durch alles klar Nikolai find's euch noch in 10 Abend warte auf falls was du hast meine Nummer machen wir so ciao ja oh ja nö oh nö nö ja nö ja boah hier wird ja ordentlich gesalat weiß gar nicht wer wer ist stop war stop war war ist not gut ja schön ja leute was geht heute neue tiktok am start hinter mir ist eine sisa war und es bin live mit ja boah boah das hat es geweint fick die fick die fick die mach weg den smuts helfer ist hier was meine freunde mein up boah was ist das für ein geiler bmb slime mir mal aus dicker ich habe nähert die europäische Ruhe es will ihn haben dass sie zu vor die Schöpfung hatte warum machen die das jetzt Mühle zu jeder Münzeig no problem lager unserer Konsole aber es wird noch saft gesossen wir haben noch keine Erlaubnis und in der Erlaubnis jetzt haben noch ein 11 9 warte mal du trägst ja die seine Unifarm bis ein Portikant warte mal du bist du schnuppertack oder machst du schnuppertack er hat einen schnuppertack nein 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 also also er hat einen schnuppertack nein 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 ich hab schon meinen dritten schnuppertack und wie ist denn der zachte hast du was gelernt hast du schon sehr viel mitgenommen ja weil der ist super ähm ja Leon sein Dicap ist größer als sein Kopf äh äh alles gut Leute die super tange machen und so weißt du die lernen noch viel ja ja fangen kann man einfach rein zu rennen muss auf Tiktok ja ah Scheiß Schlümpfe Nikolai ich hau dich ich hau dich ich hau dich ich hau dich Leute ihr seid alles Loser ich schreibe ich jetzt nicht ich hab dich auf dich ich hab den Bubble jetzt ihr seid Loser da sind die Loser Leon ja Leute so was gehts hier neuer Nikolai Zickzack am Start hier sind die Loser Under One gefesselt und ist beim Hintersehen und das ist neuer ich muss vor dir ist auch weiter ich hoffe du bekommst keinen einzigsten Lied ist cool oder das wird gesperrt ich wollte meine Likes zweieinhalb Millionen Boah Louis wo bist du Boah das Auto fliegt welches voll aufliegen warte ha das ist mein ne warte ja ne warte warteSi stop der Answersale mainsteigen kurz ey steig mal einbitte steig mal kurz ein bitte ey guck jetzt zu leer uhua ua oou ing Was Was? Was ist passiert? Was war das? Guck guck, er fliegt! Was? Harry Potter! Dann steig doch raus! Harry Potter! Er fliegt! Wenn er nicht tot ist... Das war Harry Piotr! Piotr! Und du erzählst echt viel Scheiße, ne? Ich erzähl es, scheiße! Ja, Nicolai? Nimm das zurück sofort! Nimm das sofort zurück! Nicolai stinkt da mal! Das ist so blödes Gleis! Wer bist du? Bist du Coop? Mach mal Coop-Walk! Halt die Fresse, Alter! Wie halt die Fresse? Weißt du mit welchen Foll ist denn? Was bin der Meister und der sagt? Guck mal wie du aussiehst, du Zilli! Schau mal wie du aussiehst! Kleiner Mann! Kleiner Mann! Kleiner Mann! Zum Röhre! Du kleiner Zilli! Nein, wer bist du? Mach mal Coop-Walk zur Folge! Du benutzt Tampon! Kleiner Zilli! Du bist der größte Folli Hörs! Halt die Fresse! Es macht es leicht! Komm! Du Zilli! Ne, klar hör auf jetzt aus! Wenn du gegen uns über vielleicht noch einmal wirst, okay? Suche ich dich! Wie bitte? Wenn du noch einmal gegen uns frech wirst, dann suche ich dich! Wo war's first, du Dilli! Wo? Wie war's? Du warst vorhin ja gerade die ganze Zeit hier? Bei dem Kampf? Ja und? Ja? Da war's doch nicht first! Warst du nicht vielleicht? Ja! Boah! Ich hol Koliakarn! Warst du nicht vielleicht? War was Koliakarn? Ich hol mir die Linie, ich hol Kali! Was war es denn? Wer war das dann? Weiß nicht, was du meinst mit das von mir mit der Linie? Da wurden mir andere Sachen von Leuten erzählt! Von den Welzen Leuten! Von Koliakarn Leuten! Was? Das kann es sein! Doch, tatsächlich schon! Ich glaub, die haben mich verraten! Dann sag mir mal den Namen! Ne, den sag ich dir ganz sicher nicht! Sag ich dir ganz sicher nicht! Und genauso wie, dass wir auch in der Wand standen! Ja guck mal! Wenn du mir das denn sagen kannst, dann nehme es dieses Gespräch gar nicht ernst! Nein! Du bist so ein Zulie! Du bist so ein Zulie! Ja, ich hab damals auch in der LCN nicht einfach unklang gemacht! Kleiner Zulie! Geh beim bisschen mit dir in den Schuckern! Du steckst ja mit der Finger! Schau wie du steckst dir das denn der Popo! Heee! Gibt's nur ein Problem? Ganz großes Mann! Ein ganz großes Mann! Ein ganz großes Problem, mal loben das! Ja, ja… Was ist Sache Leute? Was ist los? Was ist los? Ja, schuldig. Gutswigs. Gutswigs. Waaah. 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 Das müssen du Hier bist du man Aua Was soll der Wurz Aua Ich will nicht meine Waffe benutzen wollen Du hast mich gesurrt So jetzt einmal ausschlecken oder es knallt Was okay Verrückt euch Ja sicher Ist mit mir Ophyser ist... 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 Ist Bauchhilfe! Hallo? Bauchhilfe! Was gelabt? Zabo hat einen von dem Platz umgelegt. Äh nein, die Börse sind cool! Wir haben es gejagt! Wir haben gesagt, ausweig nur das Salat! Schmieröl! Ist Röhre! Beißer, es muss los! Es muss los! Es ist... Untertitelung des ZDF, 2020